Das Jägerbataillon Steiermark, RZC Johann, übt im Rahmen der Schutzschild 2024 als Teil der 7. Jägerbrigade erstmals den Schutz von kritischer Infrastruktur im Rahmen Graz. Hierzu sind rund 550 hochmotivierte Milizsoldatinnen und Milizsoldaten mobil gemacht worden. Durch die reibungslose Zusammenarbeit zwischen Miliz- und Aktivsoldaten konnte die Einsatzfähigkeit innerhalb kürzester Zeit hergestellt werden. Angesichts des hohen Ausbildungsstandes und der außerordentlichen Einsatzbereitschaft unserer Soldatinnen und Soldaten bin ich mir sicher, dass wir den an unser Bataillon gestellten Auftrag im Dienste der Republik und seiner Bevölkerung vollständig und umfassend erfüllen werden.